Die Steinmeier-Gruppe steht für langjährige Kompetenz in der Feinmechanik. Die Experten von morgen spricht die Steinmeier-Gruppe durch duale Ausbildungsangebote und Angebote für Studenten an. Hallo, mein Name ist Michael Schöller. Ich mache ein Kombi-Studium zum Bachelor of Engineering bei der Firma Steinmeier. Maschinenbau zu studieren war schon immer mein Ziel, jedoch wollte ich unbedingt auch eine Ausbildung machen. Anstatt es nacheinander anzugehen, kann ich durch die Kooperation der Firma Steinmeier mit der Hochschule Albstadt-Siegmarenken das Studium und die Ausbildung sinnvoll kombinieren. In den ersten zweieinhalb Jahren machen wir parallel zum Studium unsere Ausbildung zum Industriemechaniker. In den darauffolgenden zwei Jahren werden wir uns voll auf unser Studium konzentrieren können. Mit rund 30 Auszubildenden schien mir die Lehrwerkstatt der Firma Steinmeier die ideale Größe zu haben, um individuell von den Ausbildungen betreut werden zu können. Zudem ist die Firma Steinmeier ein innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen. An dem Studium macht man die Verknüpfung aus Theorie und Praxis zum anderen der sehr abwechslungsreiche Ablauf der Ausbildung sehr viel Spaß. Das Kombi-Studium zum Bachelor of Engineering ist eine gefragte Ausbildung, in der es alles andere als langweilig wird. Gesamt- Personal 8 Untertitelung des ZDF, 2020